Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Sandfilteranlage von Kessa. Ja, wer nicht nur gerne im See, sondern auch im heimischen Pool schwimmen geht, der weiß ganz genau, dass es super super wichtig ist, dass der Pool auch sauber bleibt. Denn ansonsten ist das natürlich nicht sehr angenehm, dort Zeit zu verbringen im eigenen Pool. Und ja, da kann eben so eine Sandfilteranlage durchaus eine gute Idee sein, um die Wasserqualität auf einem guten Niveau zu halten. Das Amazon-Angebot zur Sandfilteranlage von Kessa werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir sehr gerne mal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ja, wie bereits gesagt, gerade im heißen Sommer macht es unglaublich viel Spaß, im Gartenpool einfach eine Runde schwimmen zu gehen. Aber nicht, wenn dieser verdreckt ist. Ja, und genau dafür kann eben so eine Sandfilteranlage Abhilfe schaffen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was genau du hier bekommst. Die Sandfilteranlage von Kessa ist mit umfangreichem Zubehör ausgestattet. Einstellungen beim Vier-Wege-Ventil, Rückspülen, Nachspülen, Beckenfiltern, Winter entlammern, Position im Winter. Produktvorteile Tankvolumen bis zu 20 kg Sand, Druckanzeige, Vier-Wege-Ventil mit Griff, leistungsstarke Pumpe, robustes Pumpengehäuse. Technische Daten Maximale Fördermenge 10.200 Liter pro Stunde Spannung 230 Volt Schrägstrich 50 Hertz Leistung 400 Watt Netzkabel 190 cm lang Gehäuse Metall Das sind in meinen Augen gute Eigenschaften für die Sandfilteranlage. Das muss aber im Endeffekt natürlich jeder selbst beurteilen, was du von deiner Sandfilteranlage erwartest. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Pools. Da sollte man erstmal schauen, hey, was brauche ich für meinen Pool denn überhaupt? Ja, was ist mir wichtig? Deswegen recherchiere doch mal ein bisschen, was für deinen Pool am besten sein könnte. Mir gefällt diese Sandfilteranlage von Kessa in der Tat gut, ist in meinen Augen ein angenehmes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was kann es schon Schöneres geben, als nach einem heißen Sommertag im eigenen Gartenpool ein bisschen runter zu kommen? Die letzten Sommer waren unglaublich warm, ja, und da haben sich wirklich viele Leute in ihrem eigenen Pool erfreut. Aber so ein Pool, der erfordert natürlich auch Arbeit. Und das darf hier einfach nicht vergessen werden, ja. Deswegen kann es durchaus Sinn machen, über die Anschaffung dieser Sandfilteranlage nachzudenken. Kommt immer darauf an, was genau du davon erwartest, wie dein Pool aussieht und so weiter und so fort. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein nützliches Zubehör zu einem fairen Preis erwerben kannst. Aber natürlich sollst du dir das auch selbst überlegen, gar keine Frage. Für das Amazon-Angebot zur Sandfilteranlage von Kessa werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort kannst du dir alles nochmal in Ruhe und Frieden anschauen. Wenn du dich dafür interessierst, wirkt in meinen Augen wie eine faire Anschaffung, aber muss natürlich jeder selbst beurteilen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video weiterhelfen und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao!